Wir starten. Mission 2, das Gleisgelände. Es ist quasi Mission 1, aber der nächste Abschnitt? Ich weiß auch nicht, wie man das genau sagt. Oh, cool, ja. Die ist so cool. Nicht schießen, nein. Deswegen will ich nicht einen Scheinleinpass aufzumachen. Ich, ich, doch. Wir wollen ganz leise sein. Ah, gut. Ganz leise. Oh, geht die Tür schnell auf. Psst, Skopi, psst. Du musst schleichen. Ich gehe ein. Was? POLICIER! So, siehst du denn auch? In dem Ding. Ähm, der Überführung. Oh, jetzt sind es zwei Hoheschen. Und so muss auch noch einer drin. Psst, psst, Skopi, psst. Jetzt kann ich nicht mehr rein, weg. Oh, oh. Oh, oh. Die haben die POLICIER nicht gehört. Du, 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 du. Du, 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 du. Ele, ele, POLICIER. Ich fand mich, warum die das nicht alle selbst machen. Die einfach die Bob holen und dann geht die Pallel ab. In welchem Land sind wir nochmal? Ach, Mexico, ne? Mexico. Wir haben keine Bob. Aber die können doch die Bob vielleicht ausgleichen. Die kommen nur mit dem Totenkopfwagen angefahren. Machen schon die Zeug dazu und kaputt. Sind die Grenzen? Ja. Nur so, weil es halt die Bob sind. Ich hoffe, in dem einen Wagen habe ich den Arm gesehen. Ja, ja, ja. Hier, hier, wir sind wie eine Stronger-Grau. Jetzt kommt die Polizei. Nö, nicht die Steine. Okay, ich kümmere mich mal um das Gebäude, ja. Wtf. Der Mann war Profi, er hat zwei Headshots überlebt. Und er hat beim dritten Schuss, wo das limbische System getauft wurde, da hat sie ihn erwischt. Er ist Langzeitgedächtnis weg, hey, hey. Dann fühlte er sich auf einmal nicht mehr so kreativ, als er eine Hirnhälfte weg war. Dann die Zweite, und dann konnte er nicht mehr logisch denken. Oh, wir spielen hier unter den härtesten Bedingungen. Oh, Jesus. Was bist du in der Spezialität? Mit, ich überfunkt oder sowas. Okay, gut, ich muss die Leiter hier runter. Hast du mich im Blick? Hier oben und John, wo bist du? Ich bin auf den Map-Zang. Oh, hallo. Ja, ich hab dich. Natürlich, unten ist nichts. Mehr habe ich auch nicht im Blick. Na, gut, dass es so funktioniert hat. Leck. Der Wäscher. Leck. Der Wäscher. Der Wäscher, der hier oben setzt. Siehst schon aus? Oh fuck. Ich hab zwei. Einmal hinten am MG und einmal nach vorne. ich hab überhaupt keine sicht zwölf uhr von was gesehen ich warte bis du ihn flankiert tangle down tango is down treff ihn nicht scheiße mgs kugelweger ich flankier ihn keine haus der ist noch einer im infield sag ich mal oh mann die leute halten so viel aus so viel einfach den funkleiser wenn aber das handy los geht muss ich auch rangen märkten die klingelton doch in unserem hutscher wacker sind bonit damit volle inferenzen für alle die im funkt sind das schein oder wie weit bist du ich hab dich nicht mehr auf dem schirm mgs ausgescheidet ok nicht schießen ich bin es nicht Polizia! Polizia! Nusti sparen! Nusti sparen! Pst! Du musst jetzt leise sein! Wegt sie noch! Hnhnhnhnhhnhnhnhnhhhnhnhnhnhhnhmhnhnhnhhnhnhnhnhhnhnhnhnhnhnhhnhnhhnhnhhnhnhnhnhnhnhnh...! Ich bin bereit! Okay! Seit speziellen Läht, ich werde niemals auf so einer Leiter hier... ...wielf wirklich frei sein... Auch plano! Polizia! Siehst du das? Okay, das hat mit Geilen zu tun, ich meine. Ups. Hilfe, kann mir jemand? Halt die Klappe, du Nutte! Ups. Gott, was ist los? Ups. Klappe! Ich hab hier zwei, drei und drei. Es sind drei im Raum. Ich bin auf Position. Wir haben nichts damit zu tun. Geh auf drei. Ja. Eins, zwei, und... Soll ich jetzt mit die Waffe? Oh Gott. Wo ist er? Nehmt ihr? Ja. Ich rede gerne. Ja, alles geschah. Die Zeitung? Die Zeitung? Ja. Ja. Ehrlich? Ja. Aber die Schaumburger Nachrichten machen. Ich soll dann nur früh genug hin schicken, wann das ungefähr rauskommen soll und dann noch veröffentlicht wird. Umsonst? Ja. Was denn? Was denn? Was denn? Skibi hat's schon mitgekriegt. Wahrscheinlich ist der nächste... Und die nächste Vollversammlung... ...wahrscheinlich am Donnerstag. Am... Hat sich schon jemand gesehen gehört? Ne. So wird's auch immer echt einfach... Niemand mehr. Weißt du diese Woche Donnerstag? Nächste Woche. Ne, nächste Woche. Okay. Skibi, dann... ...dann hast du ein Amt. Hab ich das? Hm. 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 Siehst du schon jemand? Nope. Ich glaub wir müssen auch beide runter. Hier oben ist ja... Hier irgendwo ist der ganz hinten, oder? Oh, hier sauer. Wir haben mich gesehen. Shit. Woah, 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 woah. Boah, woah, 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 gerçekten Robert Der dritte esquer effectivement. Überpee bin ich. Oah, achah. Oh, mir Die links aum eck ist einer. Oder bei dir links. Da müssen es kaum nach die Schüler ja. Ich weiß nicht, was ich hier ist? Hab ihn! Ah, das kann ich nicht. Ich bin wie der Speer. Wo? Wo? Aha, auf anderen Seite ist es warm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo war denn das? Robin. Puh. Perdona me. Was heißt perdona me? Entschuldigung. Oder entschuldigen sie. Oh, scusi scusi. Dann wollte ich das nicht. Verzeihung bitte. Dann wollte ich das nicht gesagt. Holy shit. Oh, das sind wir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Keine Munition. Nein, nein, ich hab ihn. Cut. Ich hab ihn. 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 Oh Mann. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Coja? Man kann da runterfallen. Siehst du das Ding da vorne? Mann, der hört einfach das Geländer auf. Das kann man nicht machen. Scheiße. Ich steppe auch nie durch Anlöcher. Ja, das stimmt. Ich stehe die Beine, direkt geradezu. Oh, keine Munition noch. Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Boah, Alter, Scheiße! Happy Leveling ist unsere Geländer, ne? Ja. Hm, Ausrüstung überdenken, oder? Hm, ich fühle mich ja eigentlich recht wohl mit der G3K A4. Ist ja auch ne deutsche Waffe. Sollte da noch ne Aber kommen? Ähm, aber... Ich... Mach mal. Ich will da nicht. Ich will Maschinenpist 2, aber... Ich, ich, ich... Ähm, ich weiß nicht. Ich nehme P7 vielleicht mal, nehmen sie. Mit Schalldämper. Hm, das kann doch gut sein, ne? Ich nehme. Ich nehme P7, nicht? Ich nehme P7, nicht? Ich nehme jetzt mal einene Beine für Waffe. Ach, jetzt habe ich ja ein anderes Scope, ist ja ein normales Gewehrziel, wenn ordentlich ein 6-faches. Wird das vorher ein 6-fach? Mhm. Das ist ja auch, die wird ja auch als Sniper eingesetzt, die G3. Sogar bevor er zu. Ja, aber sie wird ja nie als Sniper gebaut. Aber benutzt. Das ist das Entscheidende. Ich finde die Anmerkung von Deutschen so benutzt. Ja, was die anderen damit machen, können wir doch nicht ändern. Ja. Machen wir mal da rein. Ich kann mit Schall never nicht schießen. Ich kann mit dieser Ausgang schießen, oder? Sie hat doch keinen richtigen Zoom. Was snipest du da auch mit? Oh Sánchez... Was? Äh, Parisier. Ach, ich gehe her, oder? Der ist ins Haus gelaufen. Und? Ja. Oh, okay. Bitte lauere nicht. Hab ihn. Nice. Aber hier ist noch einer. Oh, kein Problem. Ja, ich bin wieder bei meinem Gehen. Ah, ich bin wieder bei meinem Gehen... Oh, genau. Wohoo. Untertitelung ab und zu dennoch Schau mal in die Karte Schau mal in die Karte Polizei, ich bin nicht Hey, hey, Schau mal in die Karte Schau mal in die Karte Oh mein Oh mein Oh man! Na, mein vorgesetzten Meinschirm, den wollen sie mitnehmen? Wuhuhuhuhuhu! Krabber! Aber lieber einen Psychopathen als eine Noob! Das stimmt! Ich bin kein Psychopaths gewesen. Ne, aber das ist eine andere Person, ich weiß. Das stimmt. Das stimmt nicht. Okay, ich bin auf Position. Klappe! Die kann ich in einer anderen Position diesmal. Auf drei, okay. Eins, zwei und go. Und bleiben! Und bleiben! Und bleiben! Und bleiben! Ähm, ähm, ähm... Warum? Warum? Vielleicht hätten wir eine Zielverteilung machen sollen. Ne, ich meine... Ich bin meine Brüder. Ich bin drei wieder. So geht es irgendwie nicht. Ich bin drei wieder. Oh nein! Ich bin drei wieder. 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 Und dann bin ich drei wieder. Das ist echt böse. Wollen wir geführte Leute, dass sie sich langsam bewegen? Ja! Also während des Viers ist das nicht, wenn sie rauskommen. Das ist ein Sniper oben. Ja. Okay. 15% von Fluchstekunden und beim Seitenpunkt sind es 30%. Wollen wir das? Hast du ihn? Hab ihn, ja. Okay. Wir wollen Maximum Kontur werden. Maximum. Híjole. Wir wollen! Kontakt! Hey, Mr. Carajo. Wollen Sie raus? Was? Hast du gesagt? Wollen Sie raus? Wollen Sie raus? Sind Sie ohne Whisker? Ich konnte nicht mehr. Wollen Sie raus? Wollen Sie raus? Wollen Sie raus? Wollen Sie raus? Oh, waaaah! Ich habe was... Was ist denn der hinkgelaufen? Den hast du oder willst du? Nein, den nach oben rein habe ich. Dann ist der halt weg. Weil tollst du in die Augen laufen. Ist das das Albtraum oder wie heißt das? Du hast auch Fluch der Erschöpfung, du hast Ziele verlangsamt. Ich weiß ja nicht, wahrscheinlich wird es immer Fluch der Dingsabumster sein. Magie. Ist das das MG? Jep. I didn't know. Ich habe einen Lucky Shot gemacht. Ja. Kannst du einen Drain of Life oder Drain of Life in der anderen? Oh ja. Ich glaube ja, aber ich werde mir nicht mehr, wie das für uns ist. Oh ja. Hm. Hast du mal eine Musterskillung dir angeguckt? Ja, aber... Geh mal auf Arena Junkies. Und das Top Team hat auch einen Lock. Das ist auch eine Affliction. Guck mal was der geskillt hat. Du? Wieso? Nee, einfach nur Arena Junkies. Dann unter Ranking. Siehst du gleich oben. Also Drain of Life? Drain of Life? Drain of Life? Ja. Welche Comp ist denn das bei Arena Junkies so plassant? Schamane? Lock. In beiden. Ja, in beiden. Ja, in beiden. Wir hätten wohl einen Mage vor allem dabei. Ähm... Ja. Gehen wir auf den Namen. Dann auf den Lock. Dann auf seinen Namen. Seinen Dornamen. Seinen Dornamen. Seinen Namen. Seinen Namen. Seinen Namen. Da. Guck mal. So, und dann ist das Biddle. Und da kann sein Skimmer einbringen. Und das kannst du als Idee schon mal nehmen. Naja, dieses Killing ziehe ich auch nicht. Das ist gut. Das find ich komisch. Vielleicht gibts irgendwo so wertvoll ist er jetzt zu bestehen. Was macht er? Ich hab ja noch gepunkt über. Also den können wir schon mal nehmen, oder so nicht? Ach...